So Freunde, hallo, willkommen zurück zu Terratech. Ich habe mir mal ein kleines Hawkeye-Gefährt gebaut. Erstmal, so sieht es aus. Ich habe hier ein paar Maschinengewehre, hier eine Shutgun. Unten habe ich Batterien versteckt und das lange Teil hier, das da, das ist eine Reparaturblase. Ist ziemlich groß, das Ding ist ziemlich schnell. Das hier ist ein Radar, das hier ist ein Licht. Und wir suchen jetzt mal ein Geothermal-Bodenteil, wo wir das Generator-Ding draufstellen können. Ich denke, also ich meine, das war irgendwo hier hinten mal gewesen in der Richtung. Ich habe es ja schon mal gesehen. Deswegen fahren wir da einfach mal hin und gucken einfach mal. Das schießt doch ganz geil, gell? So, deswegen, wir fahren einfach mal hin und gucken uns das Ganze einfach mal an. Ähm, in der Hoffnung, wir finden es. Dann merken wir uns hier unten die Koordinaten und dann, ähm, da fahren wir mal lieber weg. Oder wir können hier mal, können hier mal gucken, wie gut der schießt. Oder ob alle, ah. Ja, also wirklich kraftvoll ist es jetzt nicht gerade. Oh, 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 oh. Hallo? Hallo? Also, sowas. In Ruhe. Ähm, wir lassen das mal lieber. Also, wir suchen jetzt noch ein Ding, merken uns die Koordinaten und dann packen wir unser ganzes Zeug zusammen und fahren, ähm, zu dem Ding. Ja, so ungefähr machen wir das. Also, ich meine, irgendwo hier unten ist es mal gewesen. Ähm. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Auf alle Fälle ist es jetzt eine Crafty-Mic. Und wenn wir schon mal da sind, können wir ja auch gleich mal gucken, was der uns mitzuteilen hat. Eigentlich ganz cool. Ich finde, es sieht jetzt ziemlich schön aus, da, das, das Zeug von denen. Ähm, da ist er, Magic-Mic. Gucken, was er uns diesmal wieder andrehen will. Hallo? Greetings. Ja, was haben wir denn da? Oh. Pass auf, jetzt kommt irgendwas ganz Tolles bei raus. Wir können es nicht mitnehmen. Oh, was ist das? Äh, Verschrottungs-Dingsbums. Okay. Hm. Gut, gut. Gut, gut. Äh. Äh. No, crap, any block can you find? Äh. Da. Da. Und rein da, oder was? Okay. Oh. Hm. Ähm. Naja. Naja. Gut. Hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Aber okay. Nato. Hier schon komplett. Danke. Gell. Ja. Jetzt haben wir heute nix, gell? Kann man die Dinger schmeißen mal weg. Und jetzt kriegen wir uns hier unten als wieder so ein, so ein Lager angezeigt. Das ist irgendwie doof. Das ist etwas viel wie rind. Ähm. Ja. Hier hinten. Sieht doch, glaube ich, so aus wie das. Oh. Oh. Sieht doch, glaube ich, so aus wie das Teil da mit dem. Ähm. Ist das ein Baum oder qualmt das da? Ja. Ja. Ich glaube, wir sind irgendwo da, wo wir hinwollen. Hm. Ja. Scheint ein Baum zu sein. Da. Da sind sie. Das sind die Teile, wo wir die Geothermalkraftwerke draufbauen können. Können für unendlich Strom. Ja. Also, das heißt, wir müssten uns hier niederlassen. Äh. Jetzt habe ich natürlich keinen Stift oder sowas. Moment. Ich will mir die Koordinaten mal aufschreiben. Und dann können wir da hinfahren und unser neues Lager da errichten. Ne. Das ist die 1, 1. 0, 6. 1, 7, 2, 1. Gut. Jetzt fahren wir zurück. Packen wir unseren ganzen Scheiß ein und fahren hier hinter. Ähm. So. Das ist doch, äh, schön. Das gefällt mir. So. So. Das ist schon ganz geil. So ein kleines Teil ist auch recht schön. Hat so ein riesiges, bulliges Vieh. Aber ich habe die Befürchtung, dass die nicht so viel Schaden machen, wie man sich das eigentlich wünscht. Hm. Naja. Was soll's. Äh. Weil ich glaube, mit dem Ding haben wir gegen Zoom-Dingen im Jahr absolut keine Chance. Äh. Das ist, äh, das ist, äh, sehr blöd. Aber nun gut. Und ich denke, wir werden in Zukunft, ähm, noch einige Lizenzen freischalten. Ohne wird dann bestimmt noch viele schöne, tolle Sachen bei rauskommen. Wo wir dann auch ein kleines, schwarzes oder ein großes, schwarzes Ding bauen können. Mit viel Wumms. Ähm, müssen wir halt mal abwarten. So. Äh. Unser Lager müsste da hinten sein, gell? Ja. Oh, oh. 30 Sekunden. Inversion. Weg hier. Nää. Jo. Boah, der haut uns ja voll um. Dies blöde Schwein. Hm. Ja, jetzt hat er Angst. Hat er schon gesehen, der hätten es unser, unser großer Bulli. Jetzt hat er Angst. Da traut er sich jetzt nicht hin. Ha, schlöd. Schlöd, schlöd. Schlöd ist das neue Blöd. Ähm, okay. Also. Wir reißen unser ganzes Dingsbums erst mal ab. Äh, äh, äh. Komm weg hier. Äh. 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 So. Äh. Oh, da kommt ein Gegner. Hm. Ja, das ist natürlich Zerstörung, gell? Das ist... Das ist eine Zerstörung. So ist das toll. Ähm. Äh. Äh, jetzt haben wir ja ganz viel Zeug noch hier. Das hätte man vielleicht vorher mal irgendwie... Äh. Hm. Ja. Das hätte man vorher vielleicht mal... ...irgendwie wegschießen sollen. Hm. Wie kriegen wir den ganzen Käse jetzt mit? Das dauert ja jetzt auch noch eine ganze Zeit lang, bis der das Zeug da alles, äh... Hm. Naja gut, nützt ja nix. Äh. Muss ja irgendwo weg. Silo. Hm. Nett. Nehmen wir es halt erst mal wieder auf. Komm. Ja, es klappt irgendwie nicht so schön mit den Dingern. Die sind irgendwie ganz schön träge, was so das... ...aufsammeln... ...betrifft. Hm. Na gut, lassen wir denen erstmal ein bisschen das Zeug noch wegschießen und dann, ähm... ...dann legen wir los. Vorher haben aber auch noch so ein bisschen die Dinger kaputt. Was jetzt so eine Entgebung ist. Hm. So, das ist der, der ans Bein pissen wollte. Den waren wir natürlich auch gleich kaputt. Ja. So. Gott, Dings. Äh, da ist ein Fragezeichen. Was will das denn von uns? Look. Wahrscheinlich kommen jetzt wieder irgendwelche... ...ja, das ist natürlich. Oh, schwarze. Cool. Ja, ich glaub, die halten ganz schön was aus. Kommt, das nehmen wir doch alles mit. Kommt bestimmt noch mehr. Sonst kommen auch noch mehr. Nö, natürlich nicht. Was ist das denn? Ansteckklammer. Okay. Hm. Ja, da ist noch was. So. Gut. Und weiter geht's. Hm. Ja, ja, ja. Oh, da ist noch ein gelber. Komm, den waren wir noch gleich platt. Äh, sieht ja fast aus wie wir. Hm. Hm. Mitnehmen. Äh. So, sieht's dann da hinten aus. So, fertig. So. Jo, machen wir unsere Batterie noch voll. Nein. Hm. Ach, komm, scheiß drauf. Mach's weg. So. Hm. Wo ist unser Lager auch da? Blö. Das dürfen wir nicht vergessen. Das brauchen wir. Komm, nimm mit. Zack. No. Wow. So. Tunc, 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 tunc. Ja, schön. Hey, da ist ein Feind. Geh weg. Hola. Ich glaube, es geht los. Ja, Leute, ich würde mal sagen, machen wir erstmal der Schluss für heute. Und morgen geht's dann, äh, zum Umzug. So machen wir das. Morgen ist der große Umzug. Äh. Äh. So. Also, wie gesagt. Morgen ist der Umzug. und ich hoffe, ihr seid dabei. Also, macht's gut. Tschüss!